Hallo meine Lieben, ich bin euer Thomas aka Sparkoyote und heute möchte ich in diesem Video über das Thema Was kann ich mir mit meinen Dividenden 2019 alles leisten sprechen? Wie ihr wisst werde ich ungefähr, Daumen mal Pi, 2800 Schweizer Franken netto an Dividende dieses Jahr erreichen Und mit dieser Zahl möchte ich so ein bisschen schauen, was kann ich mir überhaupt mit dieser Dividende leisten Und ich rede nicht über das reinvestieren, sondern was für Dinge könnte ich mir kaufen, leisten oder auch von meinen Fixkosten bezahlen Und wie viel Mal, wie viele Monate und ich habe mir da so ein paar Dinge rausgeschrieben Und ich würde sagen, ich fange direkt mal mit dem ersten an und zwar geht es hier um diese netten Cola Zeros Ja, irgendwann wird der Tag kommen, da kommt Coca-Cola Schweiz zu mir und die werden mich sponsern Ich sage es euch jetzt und in 5, 10 Jahren oder so schauen wir auf dieses Video zurück Und dann sagt der Thomas, der hat das schon damals gesagt Ja, Spaß beiseite, wie viele Cola Zero Dosen, weil ich bin ja wirklich ein sehr sehr Dosen-Fanatiker oder ein Dosen-Trinker Ja, wie viele dieser Cola Zeros kann ich mir denn leisten mit 2800 Schweizer Franken an Dividenden netto Weil so eine Flasche kostet 75 Rappen, ich habe mir das mal kurz vorher ausgerechnet Gerundet sind das 3734 Dosen, die ich mir leisten kann Das heißt, ich könnte jeden Tag 10 Dosen davon trinken und zwar durchgehend das ganze Jahr Und hätte noch ein paar übrig und das sind Dividenden, meine Lieben Ja, natürlich kaufe ich mir nicht so viel Cola, weil sonst würde ich sonst dann irgendwas sterben Wahrscheinlich, weil da so viele Stoffe drin sind, die wahrscheinlich nicht wirklich gesund sind Ja, meine Lieben, ich weiß es Aber es ist trotzdem mein Lieblingsgetränk, Cola Zero Und ja, das war jetzt erstmal so ein lockerer Start, sage ich jetzt mal Weil ich würde mir ja natürlich jetzt nicht 3734 solcher Cola Dosen kaufen Aber darauf trinke ich noch einen, ja Sondern was könnte ich mir dann wirklich damit kaufen, was sich lohnt oder was ich einfach sowieso an Kosten habe Ich habe mir das mal als größten Punkt überhaupt die Miete da rausgenommen Weil das ist wirklich einer meiner größten oder der größte Fixkostenpunkt überhaupt Und da ist es tatsächlich so, dass ich mit diesen Dividenden bereits, wenn meine Freundin, ja Nichts von der Miete übernehmen würde, ganze 2 Monate Miete zahlen könnte mit der Dividende, ja Aber es ist natürlich so, dass ich mit der Freundin lebe und wir so ziemlich alles 50-50 aufteilen Das bedeutet natürlich für mich, dass es dann nicht 2 Monate an Miete sind Sondern insgesamt 4 Monate Miete, die ich mit meinen Dividenden zahlen könnte Also das ist für mich schon mal ein sehr, sehr großer Punkt tatsächlich Wo ich mir dann sagen kann, hey krass, ich kann ein, so ein Drittel vom ganzen Jahr Für meine Miete kann ich sogar zahlen durch die Dividenden, ja Und jetzt habe ich hier zu viel Luft von der Cola Zero Also das ist für mich schon mal ein richtig krasser Punkt Und ich versuche auch immer so ein bisschen zu vergleichen Hey, was kann mir die Dividende außerhalb des Reinvestierens alles leisten Weil dann sieht man auch so wirklich, wie das Ganze wächst, ja Weil vor 5 Jahren oder so hatte ich da irgendwie noch 140 Franken an Dividende Da hätte ich jetzt nicht sagen können, hey ich kann mir jetzt damit schon 4 mal die Miete zahlen Beziehungsweise 2 mal die ganze Miete, wenn meine Freundin das nicht übernehmen würde Also die andere Hälfte Und also das werden dann im Prinzip schon die ganzen 2800 aufgelöst Darum gehe ich jetzt schon zum nächsten Punkt Und das ist die Krankenkasse in der Schweiz tatsächlich Denn die Krankenkasse in der Schweiz muss jeder selber zahlen Ob er jetzt angestellt ist oder selbstständig oder arbeitslos Die Krankenkasse, die zahlt man immer aus dem eigenen Geld Das wird nicht irgendwie direkt abgezogen Soweit ich natürlich weiß Aber das ist denke ich mal überall Vielleicht gibt es da Einzelfälle, wo die Firma das komplett übernimmt oder sonst irgendwas Aber grundsätzlich zahlt man die selber Und das sind dann insgesamt ungefähr 2000 Franken und 40 Also 2040 Franken pro Jahr, die ich da zahlen muss Das heißt, wenn ich jetzt die Krankenkasse für ein ganzes Jahr nur mit Dividenden zahlen würde Dann geht das sogar Und ich hätte sogar noch 760 Schweizer Franken übrig Die ich für andere Dinge nutzen kann Und dann möchte ich gleich nochmal weitermachen Und zwar geht es dann noch um ein ganzes Jahr Handy-Abo Und zwar kostet mich das ja 29.90 Franken im Monat Also knapp 30 Franken pro Monat Und wir haben hier zu Hause kein Internet Sprich nur wirklich Handy und Hotspot Und das kostet mich dann 360 Schweizer Franken etwa pro Jahr Und dann haben wir immer noch zusammen mit der Krankenkasse Sind wir erst bei 2400 Schweizer Franken Und wir haben immer noch 400 Franken übrig Die ich weiter verteilen kann Und da möchte ich auch gleich nochmal weiter darauf eingehen Und zwar habe ich dann noch Netflix auch hinzugenommen Und das sind ja dann Also wir haben das Premium-Abo Und das sind dann insgesamt 240 Franken pro Jahr Wenn wir das auch noch dazu nehmen Bleiben uns immer noch 160 Franken Die ich da noch zur Verfügung habe Um die zu verteilen zu können Über das ganze Jahr hinweg Nehmen wir noch das YouTube Premium-Abo dazu Was ich aufgeteilt habe Und das kostet mich 4 Franken pro Monat Also 48, 50 Franken aufgerundet Dann sind wir bei immer noch 210 Franken Die übrig bleiben Und mit diesen 110 Franken Was kann ich damit machen Ich kann damit noch mit meiner Freundin Irgendwie essen gehen Schön Einen schönen Abend genießen Und dann direkt auch noch so ein bisschen Trinkgeld geben Und dann ist die 2800 auch gefüllt Also überlegt euch jetzt das mal Ich kann Krankenkasse theoretisch Oder sogar praktisch Nicht nur theoretisch Und Handy-Abo Und Netflix-Abo Und YouTube Premium-Abo Kann ich alles schon nur durch die Dividenden Zahlen und begleichen Oder ich könnte mir über 3700 Dosen Coca-Cola Zero kaufen Oder insgesamt 4 Monate an Miete zahlen Also ein Drittel von der jährlichen Miete Könnte ich über Dividenden zahlen Das ist unglaublich Und das zeigt auch so ein bisschen Wie der Schneeball ins Rollen kommt Klar ist es nicht nur Dividendenwachstum Sondern auch Einzahlungen Die man jährlich macht Monatlich Quartalsweise macht Und immer mehr Aktien Mehr ETFs Mehr Investments kauft Und das ist wirklich extrem extrem krass Und dazu habe ich jetzt auch nicht mal Zinsen reingenommen Ja von P2P-Krediten und so weiter Das wächst dann alles mit der Zeit Wenn das Vermögen wächst Und einfach auch mehr in Aktien investiert wird Mehr in P2P-Krediten investiert wird Das wird wie ein Schneeball immer größer Und das zeigt mir auch immer solche Berechnungen Wie krass das eigentlich ist Ich kann mir gar nicht ausmalen Was in den nächsten 5 Jahren sein wird Dann ist es vielleicht so Dass ich ein ganzes Jahr Miete zahlen kann Ja oder irgendwie Ja das sind dann halt solche Berechnungen Die man dann halt dann auch macht Und das ist wirklich extrem krass Und das sollte man tatsächlich auch nicht unterschätzen Man muss da einfach langfristig dranbleiben Und ich versuche das halt auch immer Indem ich das so ein bisschen spielerisch mache Mir immer das mal wieder ausrechne Ich mache ja auch in meinen Blog Beiträgen Bei meinen monatlichen Updates Wie viele Dividenden und so ich erhalten habe Schreibe ich dann auch teilweise Was kann ich mir damit schon leisten Wie viele Wocheneinkäufe könnte ich machen Dann wie viele Pizzas könnte ich mir kaufen Ja so zum Spaß dann teilweise Ich meine hier Wenn es 2800 Schweizer Franken sind Eine durchschnittliche Pizza Die man sich nach Hause liefert Kostet 20 Franken in der Regel Weil die Minimumbestellung ist meistens 20 Franken Da kann man sich ja ausrechnen Das sind 140 Pizzen Die man sich bestellen könnte Das heißt Euer lieber Sparkojote hier Könnte sich praktisch fast Nicht ganz aber fast jeden zweiten Tag Eine Pizza nach Hause bestellen Und das auf Kosten der Dividende machen Ja und wenn er noch ganz intelligent wäre Dann hätte er Aktien von Dominos Pizza Und würde nur noch Dominos Pizza bestellen Ja Nee Spaß beiseite Aber ihr versteht so ein bisschen Mein Gedankengang dahinter Und das motiviert ungemein Wenn man sich einfach mal anschaut Was kann man sich mit den Dividenden Sonst noch so leisten Neben dem Reinvestieren Klar wir reinvestieren die Dividende natürlich Bis wir dann irgendwann mal sagen Hey jetzt ist genug Jetzt wollen wir von den Dividenden leben Wenn es genug Dividenden sind Aber grundsätzlich sind solche Gedankenspiele Immer sehr wichtig Um auch zu verstehen Ja dass das Ganze auch wächst Ja dass man das Ganze in Perspektive Auch mal ansehen kann Ja Was können sich die Dividenden eigentlich leisten Weil klar sieht man die Nummer Oder die Zahl 2800 Ist ja schön und gut Aber es ist auch vielleicht gut mal zu sehen Hey was kann diese 2800 Die wirklich extrem passiv sind In Einkünften denn so kaufen Weil ich lehne mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster Aber Und es soll jetzt auch nicht nach Prahlen rüberkommen Oder so Aber jetzt überlegt euch mal Wer Oder sag ich jetzt mal Ich denke mal Ein kleiner Teil der Menschen Kann zum Beispiel Ja ihre Krankenkasse Durch passive Einkünfte decken Ja Es gibt natürlich viele Leute Die das können Aber ich glaube nicht Dass das ein Großteil sind Also ein Großteil ist für mich mehr als Also die Mehrheit Mehr als 50% Ich denke ja Ich lehne mich vielleicht eben Wie schon gesagt weiter aus dem Fenster Aber ich denke weniger als 5% 50% können dies machen Ja das heißt Das ist schon mal für mich Aus meiner Sicht her Eine sehr privilegierte Position Dass man solche Sachen eben Aus passiven Einkünften Dann auch decken kann Und dafür bin ich auch super dankbar Ja weil Ich habe natürlich Klar habe ich viel Arbeit reingesteckt Viel gespart Selber investiert Mir Wissen angeeignet Aber ich bin halt auch In der privilegierten Situation Ich wohne in der Schweiz Bin hier aufgewachsen Habe eine gute Ausbildung gemacht Mir liegt jetzt zum Beispiel Bestimmte Themen Ich bin in bestimmten Dingen gut Oder in bestimmten Dingen Schon wieder schlecht Aber solche Dinge halt Ja dafür bin ich super dankbar Und ich schätze das auch wert Ja weil das ist extrem krass Wenn man sich das einfach mal überlegt Ja weil einfach 2800 mehr Pro Jahr Dafür dass man nicht mal arbeiten müsste Ist extrem viel Geld Man überlegt sich jetzt mal Ich gebe im Schnitt 1500 bis 2000 Schweizer Franken aus Haben wir zwei Monate Wo ich richtig günstig lebe Für 1500 Schweizer Franken Dann kann ich praktisch zwei Monate Ja nichts machen Und sie werden trotzdem gedeckt Durch Dividenden Überlegt euch das mal so ein bisschen Das ist wirklich extrem extrem krass Oder im Worst Case Wären es halt eineinhalb Monate Wenn ich etwas mehr ausgebe Aber auch dann Einen Monat ist es auf jeden Fall Und das ist extrem krass Ja weil Man muss das nicht so ein bisschen Nur auf die absolute Zahl Dann halt anschauen So ein bisschen auch mein Tipp Sondern auch was ist Was bekommt man im Gegenwert Ja Vor allem ist es sehr unterschiedlich Weil wenn jemand 10.000 Schweizer Franken Pro Monat ausgibt Sind 2800 Dividenden Vielleicht gar nicht so viel Weil man nur ein Drittel Oder nicht mal ein Drittel Seiner monatlichen Fixkosten deckt Aber für mich natürlich Oder für andere Leute Die weniger ausgeben Ist das extrem extrem viel Hier kommt es also auch Auf die Prozentsätze drauf an Also nicht nur auf die absoluten Zahlen Sondern auch auf die Prozentsätze Und das macht es dann halt Schlussendlich aus So ich hoffe dieses Video Hat euch so ein bisschen gefallen Mich würde auch so ein bisschen Interessieren Ob ihr euch auch solche Gedanken macht Schreibt es gerne in die Kommentare Oder was ihr für Berechnungen macht Was ihr euch so leisten könnt Mit euren Dividenden Das würde mich extrem interessieren Oder auch Wie viele Coca-Cola Zero Dosen Könntet ihr euch leisten In eurem Land Je nachdem wie teuer die halt sind Schreibt dazu Wie teuer die Cola Dose bei euch ist Und wie viel ihr euch davon leisten könnt Bei uns hier in der Schweiz Das ist 75 Rappen Normal im Coop oder Mico Oder im Diner Und das heißt bei mir Sind es eben wie schon nochmal gesagt 3734 Dosen hier Von dieser Cola Zero Und ja Gerne diesen Kanal hier unten auch abonnieren Und die Glocke betätigen Um keine Videos mehr zu verpassen Und gerne auch im Finanzrudel Community Club vorbeischauen Da diskutieren wir über Aktien Business und Minimalismus Einfach finanzrudel.ch Und ansonsten sehen wir uns Im nächsten Video Tschö Leute Und dann sehen wir uns